Hinter 32,9 Wieder etwas mehr Luft, 1,5 Trolley und Ralf Schumacher fahren 33,6 Und Ball! Will Neuf! Ralf Schumacher ist aufgeknallt Hoffentlich hat der sich nicht überschlagen Ralf Schumacher scheint okay zu sein Ja, er steigt aus Aber wo ist Will Neuf? Er ist aufgestiegen und das ist das Schlimmste was passieren kann Oh, hier kommt's! Untertitelung des ZDF für funk, 2017